Hallihallo, willkommen zurück bei KNIMH3. Beim letzten Mal hatten wir Kairi und Axel gesehen. Ja, die beiden sehe ich gern zusammen. Oh, Kairi ist wirklich süß. Wie schon gesagt, warum können die Frauen in Wirklichkeit nicht so sein? Ähm, die Handlung, ähm, ja, Axel möchte sich nicht umziehen. Nein, Spaß, ähm, ja, obwohl das stimmt ja auch. Er will ja seine Kleidung nicht wechseln. Ähm, was ich nicht ganz verstehen kann, machen die beiden eine Ausbildung, ähm, die machen irgendwie eine Ausbildung. Ähm, Kairi ist, glaube ich, Schlüsselträgerinnen oder macht eine Ausbildung zum Schlüsselträger oder ist schon eine? Keine Ahnung. Hä, das erinnert mich so ein bisschen an Star Wars. Ausbildung zum Jedi-Ritter. Ähm, ah, was hat man noch erlebt? Ja, wir waren in Twilight Town, hat man eine kleine Szene gesehen. Ähm, heißer Hinweis auf, äh, Roxas. Ähm, äh, wo ich jetzt auch ein bisschen schlauer bin, ist Ventus. Ventus, Ventus, spricht man das so? Ventus? Äh, Ventus sieht so aus wie Roxas. Also, beim letzten Mal, das war nicht Roxas, den wir da gesehen haben, sondern Ventus. Ich hab früher immer gedacht, das sei Roxas. Aber ist ja nicht so. Die sind ja verdammt ähnlich. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, ähm, Final Fantasy X2. Wo diese, wie hieße er denn? T- Ja. Churen? Churen? Keine Ahnung. So aussah wie, ähm, Titus. Ja, gut, dann, ähm, fuhren wir mal weiter. Wir müssen, ähm, neuen Planeten erkunden. Na, was? Ähm. Es hat mir auch wieder mal gar nichts. Äh, ja, werden wir mal sehen. Kampfstufe 38, auf jeden Fall, glaube ich, das höchste, was wir bisher hatten, oder? Ja, ist das. Höchste. Bin ich mal gespannt. Ja. Wir fliegen, wir fliegen mit nicht gut. Das beliebte Raumschiff, nicht gut. Wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen. Der? Du 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 Oh, das ist ja so. Voll auf die 12. Ja, wir müssten unser Raumschiff doch mal ein bisschen umbauen, ein bisschen verstärken, weil eine gute Note bekommen wir so nicht mehr. Ich meine, wir kommen zwar weiter, kein Thema, aber wir wollen ja aber auch gute Ergebnisse erzielen, oder? Ah. Gute 3 haben wir schon mal. Oh, nur eine 3? Nicht gut, naja gut. Wir wollten ja eh erst mal nur die Story spielen. Von daher. Was war das denn? Was ist das? Ach nee, ich habe keine Lust. Wie ist das? Wie ist das? Ja, auf geht's. Wie ist das? Wie ist das? Jetzt bin ich mal gespannt. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Oh, wow! Oh, cool! Come on, let's go! Aw, but I want to take a look at the big city! Yeah, it does seem pretty exciting! I feel so metropolitan! Uh, cosmopolitan? Ooh! I got to tell Riku what a blast is . But we just got here. We haven't even done anything yet. Blast? Also a blast? Oh, heartless. Come on! All the friends! die arz hosen ok was ist das für so ein dummer disney zeug kenne ich nicht ganz ehrlich bei king of hearts 1 und 2 gab disney welten disney charakter die auch wirklich jeder kannte das sind ja irgendwelche da um erfolgreichen unbekannte disney zeug die wirklich kein schwein über 20 wahrscheinlich kennt so she sustained to her head has caused a mile concussion we should take caution and not move her until we can fully stabilize her head got it oh cool that's a robot hello i am baymax your personal health care companion oh wow cool this rules oh sora remember our other problem whoops oh yeah hey who are you oh i'm sora and i'm goofy name's hero you mind helping us fight those things our teams called big hero 6 sure let's go baymax don't let them get the drop on you sora so long 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 Zora! Go from car to car! Zora! 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 Aca nominees are. Zora! 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 Oh... Untertitelung. BR 2018 Oh, no. He tried to crush us. You may reduce the risk of damage by seeking cover. Yes! So long! Yes! Take this! Big bite! Big bite! Now! Yes! Together! Whoa! Okay! Yay! Whoa! Hey! Hey! Ha-ha-ha! See ya! Yeah! 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 Hey! Hop on! Get him! I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits, but we had chemballs, and laser hands, and fire breathing! Well, it really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well, why don't we ask the guys who actually stopped them? Hiro, you never introduced us. Oh, right. Well, uh, this is the gang. That's Go-Go. He's Wasabi. How you doing? That's Honey Lemon. Hello there. What? I'm Fred. Don't be alarmed. This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster room. Those three are Sora, Donald, and Goofy. Huh? The, uh... Keyblade Hero 3! I am detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Hey, why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have key blades. So, are we heroes or aren't we? What are we that? The monsters. Tell us how you managed to take them down. Hmm. They're called the Heartless, and they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking. Light versus darkness. Classic conflict. Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.00000. Yep, we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Wait. We're going too. That's okay. We got it. We have to help. My brother would have. Yeah. Great, but don't we need a plan? We train up. When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geek's Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. A-R device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh? Huh? You put it on your face. Heartless! Donald! Goofy! Huh? Are you okay? There's no Heartless here. Huh? But, uh... Chill, Sora. Just take the AR device off. Huh? Huh? Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool! Thanks. But, so far the map data only covers Seven Sokyo. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hiro scripted. Like a mini game. We'll put a tracer on your movements so we can... Shugyo! 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 Speak for yourself! I can Shugyo. By installing new combat data. Huh? Hey! Huh? Let's just try it out. so yo, keyblade hero 3 you guys are so cool Are you ready to begin me, Shugyo We are not going to stop those enemies unless we get a new plan. We are not going to stop those enemies because we are not going to die. We are not going to die. We are going to die. We are going to die. Ihr moves are ver- Shout when you're ready, Sora. You're welcome. You're welcome. Okay, guys, go through the rings and head for the gulf. Okay. I'll be here to help you out remotely. Start with the rings right in front of you. Head for the indicator on your AR device. Try and stay on course. If you start to turn off, you'll know. I could have a vertical boundary. Take this. You gotta keep up, Sora. Jump side to side and go through the rings. You got this. Okay. Okay. So okay. Das ist großartig! Komm schon, können wir das auf dem Boden machen? Oh! Huh? Oh, hey! I-I-I Let's handle it. Just never mind. Gah! Sora, I-I think you're lost. Follow the indicator to get back on track. I'm on the side of that building. And watch out for enemy fire. Huh? Don't you just love chemistry? Oh, hey! What's with him? Oh, hello! Huh! I'm the target of the enemy fire. You're the target I'm trying to do. Where am I? I'm shitting. You're good. You're too late. Das war's für heute. nicht Ja, 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 ja. Ja. Ich habe mich ein bisschen doof angestellt, muss ich sagen, aber hat Spaß gemacht. Will ich dann definitiv nachher nochmal machen und werde es dann auch besser machen. Interessant. Gravity, nicht verbinding. Hey, wait! My laser hands can be projectiles! Change the weapon, change the attack!